Wer Marki? Hallo? Bist du Marki? Ah, bist du der echte Marki? Ich bin nicht der echte Marki. Ich bin nicht der echte Marki, das ist alles nur ein Traum. Mois die Meierfreunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Und ja Leute, bevor das Video beginnt, wollte ich mich hier einmal für die weiteren 100 Abonnenten bedanken. Und zwar Leute, wir haben mittlerweile die 400 Abonnenten geknackt. Vielen, vielen Dank dafür, das ist einfach viel zu krank. Und Freunde, vielen, vielen Dank für die neuen Likes auf meinem letzten Video. Wäre auf jeden Fall absolut cool, wenn wir das Ganze in diesem Video toppen könnten. So Leute, in diesem Video habe ich mir auf jeden Fall einen Marki-Soundboard erstellt. Und Freunde, da bin ich mit diesem Soundboard in random Runden gegangen, hab da die Leute getrollt, sind auf jeden Fall ein paar sehr, sehr nice Runden entstanden. Und ja Freunde, passend dazu, dass ich mir ein Soundboard erstellt, da habe ich mir natürlich auch einen Fake-The-Marki-Account organisiert, sag ich mal. Und ja Freunde, ich hoffe, das Video gefällt euch. Steckt sehr viel Arbeit drin. Ansonsten Leute, was ich noch ganz wichtig sagen wollte, und zwar folgt mir auf jeden Fall auf Instagram. Da kriegt ihr immer mit, ob ein Video kommt, ob es aufs Feld, dies, das, Ananas. Und ja Freunde, ich würde sagen, let's go mit dem Video. Hallo? 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 Where are you from? Äh, vom Deutschland. Bist du Deutsch? Ja, ey du bist doch der YouTuber, ich guck dich immer. Man, bro. Nein? Ich bin nicht der echte Marki. Ich bin nicht der echte Marki, das ist alles nur ein Traum. Achso. Wir gehen jetzt komplett auf Geheimagentenbasis. Ja, okay. Sollen die Leute ein kostenloses Abo da lassen? Ja, können die machen. Okay. Bist du ein guter Spieler oder nicht? Äh, geht so. Von 1 bis 10, wie gut schätzt du dich denn? So 5, 6. Zeige, welcher Season spielst du? Ich sei Season 7. Okay, krass, krass. Oh, ich sehe Gegner. Ich bin nicht der Fall, ich bin nicht der Fall, ich bin nicht der Fall. Ah, ja warte, ich komm. Ich hab eine Pistle. Ich kann dir jetzt nichts versprechen. Okay. Von 1 bis 10, wie gut schätzt du dich denn? Ja, ich weiß leider nicht so. In Chatt bin ich selber nicht so gut. So 7, 8, 6. Okay. Oh, ich sehe Gegner. Hallo, wir gehen jetzt komplett auf Geheimagentenbasis. WTF? Hallo? Where are you from? Ich spreche nicht gut Englisch. Bist du Deutsch? Ja, und wir sind Lina. Ich bin schon mal wieder weg. Ciao. Bist du ein guter Spieler oder nicht? Na, geht so. Von 1 bis 10, wie gut schätzt du dich denn? Ähm, 6 ungefähr. Seit welcher Season spielst du? Season 7. Damals habe ich immer auf der Konsole meines Bruders gespielt, weil ich damals gedacht habe, das Spiel wäre blöd. Dann habe ich mir selbst ein Xbox gekauft. Okay, krass, krass. Ich spiele seit Season 1 auch. Seit Season 1 spiele ich. Ich bin auch nicht die Beste. Oh, ich sehe Gegner. Was? Hä? Der hat sich doch eigentlich abgeschossen. Hä? Bruder, wieso baut es nicht? Hallo? Hallo? Bist du Marki? Hallo? Bist du Marki? Where are you from? Ich bin Deutscher. Bist du Deutsch? Ja. Ja? Wir gehen jetzt komplett auf Geheimagentenbasis. Äh, bin ich in einem YouTube-Video dabei? Nein, Bro. Was? Bist du der echte Marki? Ich bin nicht der echte Marki. Ich bin nicht der echte Marki. Das ist alles nur ein Traum. Oh mein Gott. Ich wollte dich schon seit immer treffen. Du bist mein Lieblingsmütiger. Okay. Bist du echt der echte Marki? Mein Gott. Niedelähm, oder? Okay, aber ich muss dich enttäuschen. Ich bin es nicht. Ich bin sein Bruder. Du bist nicht der echte Marki. Oder doch? Ja, oder? Hallo? Hallo? Nein, Bro. Bist du ein guter Spieler oder nicht? Nein, 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 nein. Von 1 bis 10, wie gut schätzt du dich denn? Nein, 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 nein. Das ist keine Ahnung. Ah, 4 oder 5 oder 6. Er hatte gerade deinen... Ich hatte meine Schocker. Sorry. Kannst du mich stehen bitte? Ah, nein. Machst du gerade dein... Nimmst du gerade dein Video auf? Vielleicht. Kannst du mir deine Nummer gehen? Kannst du mir deine Nummer gehen? Das, liebe Fische, war es an der Stelle komplett. Geht das? Vielleicht. Ist egal, wenn du willst. Ich bin 12, ne? Rate mal, wie viele Skins ich habe. Okay, krass, krass. Rate mal, wie viele Skins ich habe. Rate mal, wie viele Skins ich habe. Hallo? Zeig dir, welche Season spielst du? Ich spiel seit Season 11. Also letzte Season. Ich spiel nicht. Hallo? Hörst du mich? Nein, Bro. Hörst du mich? Hörst du mich? Hallo? Ich brauche einen Riesen. Hallo? 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 Maki? Hallo? Ich brauche einen Riesen. Hallo? Ich brauche einen Riesen. Ich höre dich nicht mehr. Keine Ahnung. Ich bin Maki und mach gerade ein Video. Maki? Warum redest du mich? Also echt, Digga. Ich bin die ganze Zeit am Reden und der Typ hört mich einfach nicht und tut so, als würde er mich nicht hören oder er hört mich echt nicht. Das wird mir langsam zu blöd. Tschüss. N amplis. Alsoquis. Ja? ình